Und da sind wir wieder. So, wir bräuchten ein paar Pfeile. Geht's auch hier? Ja. Kommt da jetzt jemand arbeiten, Tisch nicht rein. Was ist denn mit denen kaputt, ey? Geht's, arbeitet der. Die alte Arbeit, natürlich auch nicht. Lüge, Lüge, Lüge. Arbeite, los. Ich brauche Munition. Lüge, 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 Lüge. Lüge, 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 Lüge. Ja, Karte gibt's leider nicht. Oder? Das ist... Aha! Er hat 30, 25, 25. Ah, naja. Ja. 31. 32. 35. 17. Den könnten wir uns holen. Ah, den Bus-Penguin könnten wir machen. Was braucht man? 2, 1. Sind die halt viel belohnender, ne? 55. 37. 주igs. Unschick. Neng ist das Kvome? Geh mal fällen, ja genau. Ganz, ganz, ganz komisch. Ganz, 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 ganz. So, das reicht für's Erste. Ich spreche noch was zu mir. Ich geh mal den Bruder machen. Dürfen alle 15 sein. Soch easy sein. Oh, der meint's ernst. Alter, die meint's richtiger Ernst. Soch easy. 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 Kommt er wieder? Okay, interessant. Meine Truhe! Rüstung beschädigt. Rüstung beschädigt. Rüstung beschädigt. Rüstung beschädigt. Rüstung beschädigt. Rüstung beschädigt. das ist auch cool das ist cool, das ist gar nix einfach gar nix helf mir los das ist gar nix das ist gar nix Katastrophe. 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 Was für Karl. Check. Was ist mit der 23? Was ist mit der 20? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, okay, da ist cool. Kommt aber nicht da drunter, weil der zu groß ist. Gute Sachen laufen hier. Zwei Punkte kommen aus, ja. Ja, ja, ja. Also, wir haben... Das ist die Standard, das ist dann die Fellrüstung. Das ist dann die Metallrüstung. Leder fehlt mir und Stoff. Nach den Betzen, die auch ausgeruht, okay. All right. Shh, 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 shh. Gut, gut. Ja, ich hab ein paar Hörwäte gebeten. So. Aber ich brauch'n Wasserpeil dafür. So. 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 Du bleibst ja jetzt drin, geht doch, ganz einfach, muss dann halt hier alles immer so kompliziert machen. So. Super tank! Oh ja! Super tank! Super tank! Super tank! Super tank! Super tank! Das war's für heute. Oh ja. Ich habe Angst, dass der DATRIN ja killt. Der DATRIN ist ein bisschen behindert. Bleib doch einfach drin. Ich habe doch jetzt bestimmt schon 10 Stück geschmissen. 10% A geht um. Seltene Drachenkurö. Ein guter Läufer. Das war's für heute. Jetzt können wir hier rüber. 15. Ja. Jetzt sollte ich hier nicht mehr so arg auf die Fresse kriegen. Hoffentlich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Der hat uns das letzt ganz schön besorgt. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Der übertreibt wieder. Ahhhh. 5% Ja. Ja. Ich habe einen Buss-State-Win. Fliesick! Den Verbrecher haben wir mal gecleared. Ah cool. Ah der ist auch nochmal so einer. Liga der PAL Freunde. Ja lass die da mal ihr Ding machen. Guck mal hier hinten ist noch ein Ei. Ja. Guck. 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 Ich bin ein Tierschützer, bleib einfach drin. Du wirst bei mir sehr gute Arbeitsbedingungen haben. Na. Das ist auch so ein Köck, nicht? Halt, stopp. Oh, Junge, Alter. Ich meine es ernst. Bleib einfach drin. Manchmal können wir uns unser Schicksal einfach nicht aussuchen. Mehr Muskeln als Verstand, oh geil. Hä, was ist denn das für eine Krütze hier? Ah, das ist, das ist ein, ein, ein. Okay. Ich verstehe. Gibt's hier irgendwas... Tolles? Scheint nicht so, no. Was? Gibt's, das ist das. Das ist ein, ein, ein. Ja. Ah, ah, ah. Wo willst du denn hin? Da, Daytream! Hör doch mal auf mir, man, die Tücher zu Femmisen 2. Warte, das sieht doch aus wie ein Gebäude-Eingang, da bin ich irgendwie doof. Ja, aber... Nein, oder? Ich schätze mal, dass das ein Syndicator mal war. Betonung mit doof war. Ja, ich schätze mal, ich schätze mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, guck mal, das ist ein Lager der Pralfreunde Ich bin Tierschützer, bleib drin Ja Dann schütze ich nur dich Dann schütze ich Dann schütze ich nur dich Ob ich das Leben dahin schaffe Was ist die Frage? Wow Mit dem kann ich mich halt nicht anlegen Was ist die Frage? 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 Sie wäre machbar. Aber teuer. Da fehlt noch Leder. Salatsamen. Wow. 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 Ja, bei den paar Freunden da oben ist es doch auch eigentlich wieder gut aussehen. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh. Guter Läufer. Da, 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 da. Gut. ... Ja. Komm mal! Gefässer und Krall. was auch ein tier das ist auch physisch sehr schön wauw ok 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 Hit him. Hit him. He's so young. Die Rexfischer sind so ein bisschen... Abgefuckt, da. Dreckiges Vieh. Warum machen die mir alle so viel Schaden? Ich find's voll gemein. Terus! Warum machen die mir alle so viel Schaden? Und ungefähr. Leder Geben die Fischer Leder? Maybe Nee die geben Milch und Fleisch Die Melanchie Die Das usted Muss Pass Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das ist die Frage. Weizensaat, sehr schön. Das ist die Frage. 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 die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. die Frage. Das ist die Frage. die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Das ist die Frage. das ist die Frage. Der Frage. Phantoms, Krier. Kelta. Warum sind die hier so High Level? Das ist Level 7. Warum auch nicht? Wir gehen da rein. Versuchen die Nacht zu erbrücken. Die Foodler. Die Foodler. Die Foodler. Die Foodler. Die Foodler. Die Foodler. Das wiederholt sich. Oh, guck mal, wir sind direkt schon da. Sehr schön. Und? Das ist ein Scheiß, Alter. Müll, 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 müll. Die Foodler. 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 Die Fä Was ist das? Das war's. Woher kommen die und was wollen die von dir? Oh, der Bastard sitzt im Stall. Oh, der Bastard sitzt im Stall. Ich seh da oben an der Spitze ein Ei. Und es ist komplett alt, da hinzukommen. Also, spekulier ich darauf, dass es ein gutes Ei ist? Besser ist es. Wie weit kriege ich denn den Dings? Das ist schwer. Was ist das? Das ist doch scheiße. Ich habe es geschafft. Ich will, du bist jetzt nicht mindestens ein grünes Ei, dann krieg ich... Nein, aber doch, gut, ungewöhnlich, besser ist. Was ist das da hinten? Was sind Ruinen? Das ist eine Lüffmang-Statue. Was ist das da hinten? 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 Uh... Uh... Was ist das da hinten? Ich brauchte ein tierisches Leder. Ich hätte schon mit dem King Pinguin hin gemusst. Der hinten einfach. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir sind. Das war's. 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 A lot of damage. Das war's für heute. Das fährt doch mal da drin. Hau auf. Der will mir nicht sterben, hab ich das Gefühl. Kein Glück, Alter. Ohne Witz bleibt auch drin. Ah, der Dach wohl, der ist zu cool. Ohne Witz bleibt. Ohne Witz bleibt. Den wollen wir haben. Deswegen waren die Palfreunde bestimmt da. Oh, geil Treibholz. Ohne Witz bleibt. Oh, oh. Ohne Witz bleibt. 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 Ich hab ihn hochgeholt. Sehr schön. Ein neuer Pal. Ja. War das jetzt zufall oder ist das wirklich so in seinem Spot hier? So, also theoretisch wir wollen da die... Hallo? Hallo? Oh, das ist ein Ei. Da. 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 Ich hab Probleme. Ich komm da nicht weiter. Ich hab... Das ist verkackt. Es ist so viel oben. Ja, ja. Ach, kacke. Was zur Hölle, woher kommen die denn? Hier. Oh, was ist das? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What the fuck? Was war denn ihre Mission? Alter, das waren ja 100% Bienen, Alter. Ne, hier ist eben so ein Trigger-Punkt, keine Ahnung. Die dürften hier glaub ich gar nicht sparen. Oh, oh. Genauso wie diese verranzten Pal-Freunde. Oh, oh. Oh, oh. 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 Was ist das? Was ist das? Das sieht aber aus, als ob wir an der Küste irgendwo lang können. Das ist doch ranzig, dass hier auf der Insel gar keine Teleporter sind. 38. Reingeschissen würde ich sagen. Ja. 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 Es ist heiß, heiß, heiß wie der Inseljahr. Da hinten ist auf jeden Fall noch Land oder irgendwas. Ja, da brauchst du definitiv Wasser, Paul. Ja. 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 Wieder so ne verbotene Insel oder was? Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist nice! Yes! Was? Was? Hör zu verbreiten! Wow! Was? 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 Gott, meinst du? Arbeitsvieh. We have skips, let's sweep them. Let's do it again. Nox safe So 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 Was macht er denn? Das ist von dem. Was macht er denn? Ich weiß nicht, ob ich... Okay. Das war's für heute. 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 Alles war's für heute. Das war's für heute. Watersים heißen . Mhah? Huh? Oh, oh, oh. Die beiden wenigstens. Nee, Bewässerung kann jemand anderes machen. Hä? 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 Es ist eine Schiene. Strömerzögerung. Ja, wir wollen auch aufschauen, das sind so. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh It's the spike here It's the spike here Oh Junge, wie komisch sind so an Leder und so viel Oh Junge, wie komisch sind so an Leder und so viel Kann auf Befehl Gegner Anweserierung einer deiner mächtigen Fähigkeit von Turmschnabel angreifen Aha Ich hab hier doch noch einen von denen, oder? Oh, wasser? 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 Ah, das ist... So, hab ich Leder hier. Scheint nicht so. Ach, Mensch. Ja, super viel Steine. Die ich nehmen könnte. Oh, ja. Cool, cool, cool. Oh, ja. 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 Das war's. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist immer noch viel zu wenig weder Was ist das? 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 homepageue, also? okay wer? Was ist das? Das ist der King-Lama. Liff, Monko. Toh, Issa. Hä? Was ist das? Ja, gnoll. Ich muss mich halt auf keinen Schaden. Das war's für heute. Hör mal auf, mich so viel Ressorten zu kosten. Geht doch. Geht schnell. Geht. 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 Das war's für heute. Da ist das FireEye. Aber wir wollen in diese Richtung gehen. Hey. Hm. Schösch. Oh, sorry, Reinstagaboo. Ist das ein Föchbäck? Ich nehme einen Föhnen für die Fläche. Ich nehme einen Schwertig. Ich nehme einen Föhnen Schraub. War das jetzt Zufall, dass der hier gechillt hat, oder? Ah, da ist noch so ein Teufelsfruchtbunkel. Ich glaube, was soll das sein? Keine Ahnung. Und hier ist die Rewinds Tarkerbrüste, muss ich immer auch krispelt sein. Würde ich jetzt mal so überhaupt wo drauf stellen. Wenn nicht, springen wir da runter, aber wir gehen da erstmal auf die Spitze, weil von der Spitze sieht man meistens so ein bisschen mehr. Und ich hätte schon gern so ein Criss-Board. Oh, das war's. Da ist ein Ei. Da hinten ist auch noch was, war ich da schonmal? Weil es der Parken müsste ich gewesen sein. Das ist einfach nur so ein Lager. Das ist sehr freig. Das ist einfach nur ein Lager. 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 Ich tue euch nicht mal was. So, aber... Moment mal... Wir können doch mal gucken. Den haben wir gerade. Transport beim Bauhandwerk... Transport... Sammeln... Wow... Kussboden... Ah, der ist nur auf dieser verbogenen Insel da unten... Beheimatet... Aha... Ich glaube, ich muss da nochmal hin... Ne? Robin... Nice... Ich komme jetzt da rüber, wahrscheinlich gar nicht ohne... Super... Ich habe aber auch jemanden auf den ich hier rein könnte... Depressors... ... ... So, hier haben wir einen Ort für... So, so, so... ... 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 Hier haben wir noch einen Turm. Den einen haben wir hier. Hier habe ich gemacht. Das ist die Insel. Da ist noch ein Syndikatturm. Da hinten ist ein Turm. Da ist ein Turm, da ist ein Turm. Ich glaube, der nächste wird der. Was das hier ist, ist meine Basis. Okay. Okay. Okay, okay, okay. 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 Das ist eine Frischheit. Okay. 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 Das ist schon. Was ist mit dem Bruder kaputt? Okay. Okay. Das ist ein Prozess. Hallo, Bruder. Oh mein fucking Gott. Hätte ich jetzt Cash? Gehärtete Rüstung. Segen der Blumenfee. Guck mal, den brauchen wir nicht. Das ist gut. Ich hab's von denen nicht. Weil es nicht so schön ist. Was ist denn da? Es reicht nicht, ich werde zu arm sein. Dann auch. Kacke. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstehe, ob ich das nicht verstehe. Die Leder. Mach den mal kaputt. Die Leder. Die Leder. Alter. Verdient. Kiste bin ich. Fünf und zwisch, dann könnten wir uns doch eigentlich... Die Leder. Fünf und zwisch. Ja, ja, ja. Machbar. Die Leder. 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 Noch kränker. Oh, kijk, 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 kijk. Wow. So, we hebben King Paka, we hebben den. Was is die andere? Hier. Kan op befeel mithilfe feiner schwingen als volkommende Nähe afspuren. Ah, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, fließband. Oh, wow. Oh, wow. ... und verkaufen. Aber scheiß zu fangen. Was ist das denn hin? Hä? Was ist das denn hin? Ja, weil er sich aus der Fähre befreit hat. Ist er jetzt tot? Ganz einfach es ist. So. Zeig mal, das heißt. Sehen wir mal da. Also 1, 2 Level. Da haben wir den Generator. Und hier ist das Fließband. Ich passe fern. Fließband. Oh ja, ja, ja. Ich brauche Level. Ich brauche. Junge. Nein. Hö. Huh? Hmm? Hu. Hm. Alter, das ist so eine Katastrophe. Macht auch jeder Schwanz, was er will. Und zahlt mal meinen Nox. Ha, ich bin so gut. So, 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 ich bin so gut. Ja, brutale Arbeit. Episch. 20, oh Gott. Bisschen mit da rüber, nochmal schnell. Fleißig halt. Der ist gut. Der ist gut. Oha! Der ist gut. 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 Der heißt gut. Da könnte ich viele von den Dinger mitnehmen. Das war's. Ja. Hey. Oh, das war doch schon. Oh, das ist ein Sprachlevel. Hey. 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 Hey.